Ich bekomme gerade noch einmal mitgeteilt, dass, um jetzt nochmal zu gewinnen, also der Daniel, der DDD, wenn er jetzt nochmal gewinnen will, muss er zweimal, ähm, muss er zweimal gewinnen gegen AC, gegen AskWolf. So, AskWolf, wenn du noch im Chat bist, viel Erfolg. Und so, ich bin dritter, lalalala. So, gucken, welche Welt. Ach, ja, die beiden schließen sich schon kurz. So, wer ist denn denn noch weitergekommen? Müssen wir mal kurz gucken, dann müsste er, dann ist, ist dann Maurice weiter, oder wie war das? Ähm, ja, ich bin jetzt dritter. Komm, bestimmt nochmal eins zum Schluss, irgendwie so einen richtigen, so einen Baum oder so weiter, die, die weiter sind. So, Palutena, alles klar. Und, Leute, ich bin wieder der Schützrichter hier. So, muss ich wieder mein Mikrofon ein bisschen herholen. So, okay. So, so, zack, zack. Ey, wenn Pummeluf gut war, ey, ich sollte Pummeluf zu meinem Main machen. Das bin ich aber echt mal gespannt, Alter. Das wird jetzt hart, ey. Okay, wir sind jetzt echt hier. Und gegen beide musste ich kämpfen. Und Ask Wolf macht erstmal Fun. So. Ich musste gegen beide kämpfen, hab gegen beide verloren. Und jetzt bin ich gespannt, wer hier der Oberchamp von den beiden ist, Alter. Aber zweimal muss Daniel gewinnen. Ready. Set. Und los. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und leicht mal einen Volleyball ins Face. Oh Mann, ey, der wie Fett-Trainer, ey. Wow, was war das denn? Okay, okay. Oh Gott, oh Gott. Oh, war ja, war ja. Okay, 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 okay. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss einfach zugucken. Ich hab jetzt hier, oh. Ich hab ja hier Erdnüsse. Oh, die muss ich essen jetzt. Die muss ich jetzt aber essen, wenn ich hier zugucke. Ist ja unfassbar. Oh, der Jab. Oh mein Gott, ey. Guckt mal das an. Wow, was macht ihr denn da? Oh, du Scheiße, ey. Okay. Und da kommt... Waddle Dee gegen den Volleyball... Ach, Fußball macht er ja, ne? Macht der wie Fett-Trainer... Oder die wie Fett-Trainerin machen die ein Volley... ...mit nem Fußball? Und der will Sport bewandert sein, ist schon klar. So bisher übelster Ausgleich. Ich wäre auch enttäuscht, wenn nicht. Oh Gott. Kann er da noch hochkommen? Oh, wie übel, ey. Ey, was ist hier los? Voll der Oberausgleich. Guckt sie euch an. Also hier wird definitiv keiner irgendwie großartig im Vorteil. Oh mein, ey, was ist hier los? Alter, wats, wats, wats. Da klickt er ihnen erstmal eine rein. Oh, was war das denn, ey? Das gibt's doch nicht. Ich hab's grad nicht gesehen. Ich hab die Färmedienung geholt. Okay, das war jetzt... Ah, was war das? Ich hab's nicht gesehen. Man darf nicht blinzeln, Leute. Man darf nicht blinzeln bei so einem Match. Den, du Scheiße. Oh. Sorry. Also das ist ja echt so ein Match, ja. Der Wifetrainer gegen Bubble Bubble DVD. Der Wifetrainer muss ja ausrasten bei diesem Anblick. Und wie kann man sich denn nur so gehen lassen? Das geht doch nicht. Dehne deine Beine. Lass uns Klappmesser machen, kommt er dann an, wüsste. Und die Idee nur... Kennt er ja. Okay. Wie sieht's aus? Die Idee sammelt Prozente. Oh, oh. Oh, vor dem Fußball. Na ja. Oh, weia. Ey, dieser fiese Jab, ey. Okay, okay, okay. Oh. Und erst mal ein bisschen heilen. Warum nicht? Der Sonnengruß, ey. Voll über... Mann, ey, der hat schlechst Fußball. Den sieht man immer gar nicht so kommen. Mit dem rechtet man gar nicht. So, aber... Es ist noch... Na ja, ach, na ja, der... Wow, Alter, wie viel Trainer hat schon extrem viel Schaden. Bei so einem harten Wummerab... Oh, oh, oh. Alter, da hat er ihm gezeigt, dass Fettmassen doch gegen Muskeln überlegen sind. Habt ihr das gesehen? Einfach weggebodyslammt. Alter, wie übel. So. Okay, okay, also wenn jetzt aber Daniel den zweiten Kampf auch nochmal gewinnen würde, müsste er nochmal ran. Weil er halt aus dem Loser-Bracket kam. Ich trinke hier einfach meinen grünen Tee der Verzweiflung. Ne, der grüne Tee für Drittplatzierte. Ja. So. Okay, Halbert ist angesagt. Als neue Welt. Das verspricht auch lustig zu werden, oder? So, schön, dass nochmal das Finale so ein bisschen gestreamt wird. Und so aus der Pool-Phase von Gruppe 14. Und ich bin ein dritter, Leute. Ja, mal gucken, wie es denn im Endeffekt wird. Okay. Let's go. Mann, Mann, Mann. Oh, DDD und Trainer schon wieder. Eins, los! Verdammt, jetzt muss ich ja hier so blöd in der Welt erstmal umbringen. Okay, und jetzt aber. Oh, der V-Fit-Trainer, ey. Wieder läuft, Mann. Und Achtung, oh mein Gott! Was? So, los geht's. Das war so ein Kurs. Jetzt mit cooler Mucke und diese Welt hat ja ein paar Stage-Hazits, worauf man ein bisschen aufpassen muss. Also hier sind nicht nur die Kämpfer eine Bedrohung. Oh, ihr solltet mal merken, dass man hier anscheinend durch den Boden durch kann. Wow! Was ist denn los? Oh mein Gott! Mann, ihr sollt auf der Stage kämpfen. Ah, wie übel. Okay. Ey, das ist ja... Voll abgegrüßt. Der wirkt, der wirkt, der wirkt Wolli mit dem Fußball. Oh, oh, Lex. Verdammt, Leute, das ist nicht gut. Ah, hat sich gefahren. Gut. Hat sich wieder gefahren, Leute, alles klar. Oh, Mann, ey. Ich muss aber auch... Oh, was so... Was macht die denn da? Wow! Da wird er voll wegsaugen. Mann, da nicht so an der Kante da rumcatchen, ey. Was macht die denn da für gefährliche Sachen? Oh, da ist der olle Kran. Der wird sich gleich jemanden suchen. Den er angreifen wird. Oh, Maja, ey. Sorry, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich für die Lags verursache. Ne, mein Stream ist aus. Ja, bei mir ist soweit alles aus. Also, es ist genau alles wie vorher. Also, wer weiß, dass wir beide da für Probleme gerade haben. Vielleicht liegt es auch an der Welt, weil der olle Kran da berechnet werden muss oder so. Keine Ahnung. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Wow, verdammt! Wow! Boah, er hat es mal geschafft, der DDD. Aber wie viel Schaden der DDD hat. Der wieviel Trainer einfach nischt mehr oder... Und heilt sich erst mal wieder um zwei Punkte. Na gut, es ist nicht viel, aber... Kommen da noch ein paar Klappmesser. Ein paar Sonnengrüße. Ein paar Griffe und... Oh, Mann. Aber ich finde auch echt, dass der WFIT-Trainer übelst unberechenbar ist. Gegen den spielt man halt nicht oft. Den muss man echt erst mal kennenlernen. Oh! Oh! Das war jetzt mies. Aber ist ja Turnier-Legitim. Die Welt stand zur Auswahl. Und da hat es ihn voll erwischt, ey. Mit dem Laser. Oh! Schön gegen Meteor, ey. Mit dem Hammer in Scheitel gezogen. Oh! Was? Das hat ausgereicht. Wie übel. Ey, sehen wir hier einfach ein 1-1 erst mal, oder was? Ein Sonnengruß. Fußball. Oder nee, ist das ein Volleyball? Nee, den Volleyball hat der andere... Nee, der hat ja so einen komischen... Ich weiß, egal, Mann. Wir konzentrieren uns hier nicht auf die Ball-Variante des... Wie viel Trainers. Wir konzentrieren uns auf den Kampf, Mann. So schön den Battle-Gordo da reinhauen. Wie... DDD fällt, ey, wenn man es will. Boah, Alter, haut dann aber raus. Bis aus dem Rand. Und gleich nochmal. Boah, wie fies, ey. Ja, das ist natürlich der... Der, ähm... Beweglichkeit, DDDs in der Luft zu verdanken. Daher halt so oft springen und fliegen und weiß ich, was kann. Oh, mein Gott. Was? Arme deine Bewegung nach. Nein, Mann. Das kann DDD gar nicht. Der hat nicht mal so eine Gliedmaßen wie du. Boah. Ey, fairer Schwede. Okay, okay, was? Ho, Alter. DDD gibt aber nicht auf. Oh, das war der Meteor von den barfüßigen V-Fit-Trainer. 1-1. Der V-Fit-Trainer. Der V-Fit-Trainer. Ernst, komisch. Ah, ey. V-Fit-Trainer. Siege. Sollte der V-Fit-Trainer oder die V-Fit-Trainerin jetzt nochmal gewinnen, dann glaube ich, steht soweit alles fest. Hier entstehen die vier Plätze fest. So, aber wir werden mal sehen. Das ist ja oberkrass. Wie das hier alles abgeht. Ja, echt mal wahr. GG, ey. Irgendwann ist cool. So, Smash-Stadt. Okay, ist nächste Welt. Nächste Welt ist das Smash-Stadt. Ganz normal. Und Finale. Etwas entscheidet sich jetzt. Auf jeden Fall. Nur was? Es ist so übel. Okay. Oh, er wechselt auf Sonic. Vielleicht war dem Daniel DDD wirklich ein bisschen zu langsam. Mani, komm einfach durch meine Scherzen klar. Okay, ähm. So, na dann. Sind wir alle bereit? Der V-Fit-Trainer, ey. Lustig, animiert ist er ja. Und let's go! Boah, Alter, Sonic ist jetzt mega schnell. Oh, das war schon mal richtig. Das war schon mal ja nicht schlecht. Voll die coole Kombo am Rand. Edge Garden. So, wir wissen alle, der Daniel ist mit DDD, Sonic und Mega Man sehr gut. Aber der AskWolf ist ein verdammt krasser, wenn nicht sogar der krasseste V-Fit-Trainer-Zocker. Also, wir müssen mal gucken. Wats, wats, wats. Okay, ja, das sieht schon mal besser aus bisher. Oh, mit Sonic, ey. Oh. Die Musik ist auch schön. Der V-Fit-Trainer steckt hier ordentlich ein. Oh, meine Güte, ey. Sonic. Viel zu schnell. Wie viel Träger uns an Hula-Hoop-Reifen, ey. Der macht jetzt komisch eine Bewegung, ey. Der macht wie so eine Gymnastik-Posen beim Angreifen. Das ist so bescheuert. Aber auch irgendwie geil. Oh, 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 Kick. Was machen sie da? Was tun sie denn? Oh, mein Gott. Oh, Mann, ey. Die sind an dieser Kante immer die Kämpfe, ey. Das gibt's da wohl nicht. Oh. Das hat gerade gut geklappt in den Treffen. So, wats. Und üben. Oh, voll mit der Faust. Aber er hat's abgeblockt. So, gleich viel Schaden. Kann man so sagen. Und, äh. Oh, voll im Throw. Ich weiß gar nicht, wie stark Sonic Throws sind, aber... Nein. Oh, Mist, ey. Das hat nicht gereicht für den Arms Sonic. Da war er jetzt gerade in der Bedrohle, ne? Oh, oh. Alter, voll cool in der Luft gekickt. Und da war er gerade wieder Ausgleich holend. Okay, was ist hier los, ey? Oh, Mann, ey. Er weiß aber auch immer... Der Wiefeltrainer weiß echt, wie der Gegner angreifen wird. Und er macht nicht nur einen Volley mit dem Ball, sondern auch mit dem Gegner selber. So, jetzt holt aber der Wiefeltrainer erst mal auf. Teilt aus. Sonic muss seine Schnelligkeit ausnutzen. Auch wenn der Wiefeltrainer so agil ist, Sonic ist noch schneller. Jawohl. Ah, das hat gereicht, ey. Der kleine Pump mit dem... Mit der eulen Sprungfeder, ey. So. Jetzt wird's aber mal richtig spannend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man, der scheiß Ball immer. So. Okay. Ah, so ein Gruß. Hat getroffen. Ist das gemein. So, schön weggewirbelt. Sonic holt nochmal schön auf, bevor er seinen zweiten Stock eventuell verliert. Weil wie krass er immer aufpassen muss, ey. Auf diese komische Sprungfeder-Ding. Okay. Nein. Sonic, wow. Oh. Oh. Oh mein Gott, ey. Okay, Mann. Das läuft... Oh, voll reingerollt. Mann, ey. Und erst mal um zwei geheilt. Und okay, und... Schön wirbeln. Oh Gott, ey. Ah. Okay. Wie viel Trainer ist noch? Auf nicht so hohen Prozentzahlen. Das kann alles noch drin sein. Ey, der muss ja bloß mal richtig cool Sonic treffen. Und dann ist Sonic auch weg. Und dann ist der Schaden leicht wieder gut machbar. Da. Den er wie viel Trainer gerade noch hat. Was... Was ist passiert denn da? Oh. Mein Gott, ey. Was macht ihr denn da, Leute? Oh, hat voll mit der Faust. Oh. Der Sandgroß hat gesessen. Und diese 46 Prozent sind definitiv aufholbar. Das ist echt jetzt nicht so schlimm. Da ist echt immer noch alles da. Der Wifeltrainer ist auch so gemein. Der greift ja in eine Richtung an. So sieht's aus. Aber der trifft dann irgendwie in eine andere Richtung runter. Oh, oh, oh. Ganz knapp geschliffen. Ah, langsam wird's aber ganz schön hoch. Oh, war ja... Der Wifeltrainer. Vielleicht hätte er doch die Wifeltrainerin nehmen sollen. Nee, nee, ist ja... Das macht ja keinen Unterschied. Die sind ja beide gleich... Komplett gleich. Vielleicht auch gleich groß und so. Und gleich der Hitbox. Oh Mann, Sonic weiß aber echt, was hier abgeht, ey. Oh. Ah. Ah. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann, der Efer gegrabt. Das sieht jetzt schon... ...ein bisschen schlechter aus wie der Wifeltrainer. Ah. Da, da. Der Ask Wolf. Und... Oh, wer? Ich hab' da versucht, ihn... Oh, mein Gott. Fiegt ihm direkt der Ball aus der Hand. Oh, nein. Oh, 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 oh. Oh. Mein Gott, was machen die denn da? So, spannend. Spannend, spannend, spannend. Aber jetzt eine Faust oder sowas. Oder von Sonic, so ein Wirbler. Dann ist der Wifeltrainer leider weg. Muss ja verdammt aufpassen. Oder er muss ihn echt versuchen, dann... ...soll ich die Schilden zu mit die Ohren. In einer gut getimten Situation. ...soll ich glaube ich auch gerade getroffen. Voll fies. Oh Gott, oh Gott. Ah, Mann. Die olle Feder. Oh, wow. Oh Gott. Alter, oh Mann. Ey, was haben die denn für Reflexe? Oh. Und das war's. 2 zu 1 für Daniel. Und jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich richtig verstanden habe. Er muss jetzt wohl, glaube ich, nochmal ran. Ah ja, voll krass. Mann, Mann, Mann. Oh Mann. So, dann sind das jetzt aber die letzten 2-3 Kämpfe, die kommen. Und dann sind wir durch. Mit unserer Gruppenphase. So, okay, Mann. Okay, also. Und wir machen mit Palutena weiter. Also, der ist nochmal ein Best of 3. Und würde ich zu checken. Also, der Refit Ask Wolf hat noch eine Chance. So. Es ist mir noch nicht klar, wer hier erst, wer jetzt weiter wird. Ey, ist das übel. So, Pummeluf guckt ganz böse. Oh, ey. Okay. Und dann viel Erfolg den beiden Kontrahenten. Und das schauen wir uns mal an, ey. Wow, er nennt Mega-Man. Aber mit Sonic war er doch so gut eigentlich. Hätte er da nicht drauf bauen können. Aber okay, wir sehen mal, was er vorhat. Und ich gebe den Startpfiff. Und zwar in 3, 2, 1 und aus. Ich weiß, dass der Mega-Man, von dem Daniel übel ist. So viel sei gesagt. Ihr habt's ja gesehen. Aber der Mifet-Twitter ist auch total mies. Man kann echt nicht sagen, was hier losgeht. Was hier abgeht und... Beide mit übelster Distanz-Wafferei. Und zwar Ball- und Sonnengruß- und Raketen- und... Oh, Mann. Bisher erwischt leider der Trainer Mega-Man öfter. Ich weiß nicht, ich wäre ja auf Sonic geblieben. Aber wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. Oh, Mann, oh, Mann. Was ist das denn, ey? Mega-Man bewegt sich gar nicht mehr. Er ballert einfach nochmal so. Zu, zu, zu. Oh, der fette Mega-Buster. Und er versucht, ihn die ganze Zeit mit Raketen anzuheften. Und der Schaden ist... ...nahezu aufgeholt. Schade, dass wir jetzt ein bisschen mit Lex Probleme haben. Ah ja, was ist denn jetzt los? Na komm, fang dich mal wieder. Ja. Oh, Alter, wie gemein, ey. Das war echt nicht schlecht gerade von Mega-Man. Und ich snack hier wieder meine Nüsse. Alter, ich glaube, der, der... Wie viel Trainer macht sich ja auch bei so was immer stärker, ne? Wenn er tief Luft holt. Boah. Ja, ich glaube, ja. Rive war weggekickt. Okay, nahezu ist wieder Ausgleich. Okay, okay, der Roboter gegen den V-Fail-Trainer. Wir hatten ja das schon mal, nicht wahr? Beim letzten Mal hat der Roboter etwas verloren. Also meine Mildigkeit. Aber mit dieser Robo hier, der aus einer noch krasseren Zukunft kommt, eventuell mehr Vorteile haben. Wow. Die Bomb ist attached. Okay. Wow, verdammt. Wow, 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 wow. Aber das hat nicht gereicht, ey. Da kam die Faust zu schnell. Hm, hm, hm. Der V-Fail-Trainer wird doch nicht die Booster ausgehen, oder? Das darf nicht wahr sein. Hat eine gute Haltung, macht einen geraden Rücken. Das ist nicht direkt so komisch rum. Aua. Hm, 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 hm. Oh, ey, er hat vorher den Ball abgeblastert. Hier mal ein Zahnrad ins Gesicht. Oh, meia, ey. Wie krass der V-Fail-Trainer sich ducken kann. Und er macht ja dann auch immer Liegestütze oder so. Ah. Okay. Mega Man nutzt seine, seinen Stock. Oh, Mann, ey. Was auch sogar richtig gut. Nicht schon wieder mit, du Ohren. Nicht schon wieder. Pass auf, wie für Trailer. Oh, was zum K-Chin-Chin-Chin. Kriegen alle mal den perfekten Schild hin. Die muss ich auch noch üben. Oh. Verdammt, sorry, Leute. Hey, gut, das Bild dunkel geworden. Sorry, mein Controller ging aus. Jetzt aber ist wieder alles da. Alter. Verdammt, ey. Mega Man hat so viel Schaden schon rausgeholt. Das macht der Daniel ziemlich gut. Der Ask Wolf. Denkt sich, boah, ich bin noch fit. Alter, zack. So. Na, ob er das aufholen kann. Nahezu knapp 90 Schaden. Das war schon mal ein guter Zehner. Und er hat sich ein Souvenir von Mega Man geben lassen, so. Oh, Mann, über 100 schon. Oh, weißt du, aber auch genau, wenn der Ball den Boden ganz knapp streift, ey. Der Sprung ist auch übel. Der Side-Air mit den Füßen nach hinten. Oh, Mist, ey. Mega Man hat zu viel Amo. Nein. Boah. Sonnengruß. Oh. Ganz kurz gekickt. Au, 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 au. Boah, voll gesprungen. Oh nein. Boah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ob der Refill Tour noch eine Chance hat, ey. Ob das noch irgendwie zu machen ist. Oh Mann, ey. Double Heft-Haft-Bombe immer. Ha, weitergegeben. So, eine Explosion weniger. Oh, zack, da hat's ihn zerrissen, ey. Ey, der Robo, ey, ne. Voll gemein. Das war ziemlich gut. Ziemlich, ziemlich gut. Auf, da, 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 da. So. Und eventuell kommt jetzt der letzte Kampf dieser Gruppenphase. Dann haben wir nämlich unseren Finalisten. Unsere zwei, unsere vier Finalisten stehen dann schon bereit. Bisher sind es Maurice. Looks like Link. Und dann natürlich auf jeden Fall Ask Wolf und DNL. Soweit ich weiß, soweit ich im Bilde bin, soweit ich in die nächste Welt. Ich warte wieder auf den Counter-Pick. So, wer ist denn noch alles da in der Zuschauerliste? Oh, Lina ist gegangen. Pat ist noch da, Blacky ist noch da von den Dings. Ey, da sind auch viele Leute, ey. Über 400 schon wieder. Sehr gut. So, ich warte auf die Stage-Wahl. Alles in Ordnung, Leute. Es geht sofort, haut hier weiter. Und ich stream das Finale. Denn das ist cool. Oh, Mann. Was? Meint er jetzt? Was? Ach, Ask Wolf hat noch einen Ass im Ärmel? Hoffentlich nicht. Ich meine... Ähm... Hä? Ähm... Okay, also... Die Welt ist gerade komisch. Omega Wii Fit Studio... ...mit... ...verdichten. Okay, warte mal, was soll das heißen? Achso. Okay, ähm... So, Omega Wii Fit Studio. Da wird ein bisschen gequatscht, habe ich gehört. Da bräuchte ich gar nichts sagen. Ja, dann könnt ihr die kommentieren. So. Okay. Der eventuell... Watz, watz, watz... ...watz... Der eventuell letzte Kampf, wenn Daniel jetzt gewinnt. Dann hat er seinen Gruppendings gewonnen. Okay, dann let's go, Leute. Ich habe Angst. Alter, Ask Wolf hat da wirklich noch einen Wolf. Oh Gott, ich bin gar nicht spannend. Diesmal nimmt er auch Distanzwaffen mit. Und einen Reflektor. Eieiei. Ich bin gar nicht gespannt. Okay, Achtung. Auf die Plätze. Fertig. Und... Los! Das Bild im Hintergrund ist irgendwie verstörend. Was kommt denn da aus, Ira? Egal, sie ist weg. So. Alter, okay, er hat Fox irgendwo im Wolf-Design. Und, ähm... Ist natürlich mega schnell. Und hat ein bisschen was, um... ...auf Megamans ganze Fernerhilfe zu antworten. Oh Gott. Nein, nein! Oh Gott, er kann noch. Oh. Oh, stimmt ja, ich vergaß. Hier kann ja... ...kann ja Fox noch nach dem Side-B noch mal sich bewegen. Stimmt, ja, war ja so. Okay. Mit der Möcke. Oh Gott. Nein, nein! Oh, Mann, ey! Fox fällt aber auch so schnell. Da wird da gerade, glaube ich, gar nicht gerechnet, dass die ollen Blätter ihn da runter schnupsen. Voll fies. Okay, okay, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du, die Alte... Alte, die haben... ...wurbeschossen die ganze Zeit. ...fühlst du die Dehnung in der Talie? Mhhh... ...hahaha... ...hahaha... ...oh Gott, ey, Mann, ey, jetzt muss Fox schon... ...einen ganzen Stock aufholen. Kehren nun zur Auswahlposition zurück. ...übel, übel, übel. Arme meine Bewegung nach. Arme meine Bewegung nach. Die scheiß Wielfettwelt, ey. Oh, voll gebrutzelt. Okay, aber... ...bisher sollte Megaman jetzt seinen ersten Stock verlieren, kann das Foxwolf noch gut aufholen. Oh, wie... ...ganz komisch, doppel... ...doppel-switch. Oh, Mann, ey. Ich weiß gar nicht, Fox hat, glaube ich, auch richtig krasse Finisher-Moves. Oh, Mann, ey, wie soll ich immer auf Tuchfühlung gehen? Okay, okay. Oh! Schön gekloppt. Oh, voll ins Gesicht. Okay, 70%. Kann die Schnelligkeit das aufholen? Hältst du aus der Ferne mit der Knarre oder so? Oh, weia. Oh, Mann, oh, Mann. Schön Spagat gemacht. Oh, Mann, oh, Mann. Fox war auf jeden Fall bei den Unterrichtsstunden vom Refit-Trainer, denn er kann Spagat. Könnt ihr in Spagat? Ich kann nicht mal in Spagat, ey. Würde mir die Sehnen reißen. Oh, mein Gott. Passt doch, ob er die da macht. Fox schon wieder extrem hohe Prozentzahlen. Da, 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 da. Oh, Mann, oh, Mann. Megaman ist komisch geguckt. Mann, ey. Kaum gedacht, dass Megaman quasi auch ganz schön ist. Auch ganz schön schnell. Jedenfalls bestimmte Attacken. Der Daniel nutzt ja echt die schnellsten Attacken von allen. Okay, der leider... Aber Kurt wird leider auch bestraft. Es gibt's ja wohl nicht, ey. Verdammt. Fox hat's zum zweiten Mal rausgehauen. Alter, es rastet er aus. Alter, es rastet er richtig aus. Schön mit Anlauf. Oh, Gott, ey. Alter, wir müssen ihn halt bloß raushauen. Dann kann er das noch aufholen, der Wolf. Er muss bloß diesen Stock-Vorteil loswerden. Oh, Gott. Okay. Ja, Kick. So bisher. Ist noch machbar für Wolf. Hö, Fox. Ja, jetzt auf jeden Fall noch machbar. Okay. Es bleibt spannend. Ja, es bleibt ja spannend. Oh, Mann, ey. Tornado. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Okay, was machen die da? Was machen die da? Oh. Ja. Ja, meint er. Sag ich doch, ist alles aufzuholen noch. Jetzt ist wieder Gleichstand. Jetzt kommt er wieder auf den schnellsten und krassesten anderen. Oh, Mann, oh, Mann. Der Spagat-Move ist aber stark von Fox. Vor allem mit dem großen Rückstoß. So, Alter. Mega, wenn wir mit seinem ganzen Waffenarsenal... Ey, psch, psch, psch. Fühlst du, wie sich dein Rücken streckt? Fühl gleich, wie sich dein ganz anderes Tier streckt. voll gerannt jetzt wird es aber knapp für megaman hier wow den reflektieren wäre mies nein das gibt es ja wohl nicht das hat megaman ja vollprediktet dass er genau dahin ausweicht megaman das war cool ich habe diesen megaman besiegen können ja ja aber das ist egal ob der das war dass das das war's damit ist alles soweit klar